Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Dishornet2a. Und ja, ich weiß wo dieses elendige schwarze Knochenfragment ist, ihr werdet es nicht glauben, oder vielleicht schon, weil ihr es ja schon wisst, was man dafür machen muss. Und zwar, wir müssen schnell sein, das Messerchen brauche ich derweil nicht. So, wir müssen schnell sein, denn wir müssen den Hebel aktivieren, ganz, ganz schnell hier hinlaufen und mit dem ganzen Stockwerk nach unten fahren. Uns passiert nichts, keine Sorge. Und tadaaa, da ist doch glatt ein Regal in der Wand und da liegt das Formaliteite klumpert. So, servus Knochenfragment. Was kannst du denn? Irgendwas mehr Schaden auf Maschinen zufällig, was wir gerade brauchen könnten? So, äh, ist wurscht, was tun wir denn weg? Wir schworen, die Doppelgänger besitzen mehr Gesundheit. Ähm, eventuell. Weil die Doppelgänger bringen sich jetzt momentan gar nichts. Was sind denn eigentlich diese Schwarzen? Sind das die Schwarzen? Nö. Da haben wir genug, ne? Das haben wir genug, die hatten wir schon mal, oder? Oder, 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 oder? Also, Unsichtbarkeit, du erleidest erheblich weniger Schaden. Das dürften die Verderbten sein, nehme ich an, ne? Ähm, Wana, wenn du dich heilst, profitieren auch deine beschworenen Doppelgänger. Wo? Hm. 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 Gesundheit mehr herstellen. Ja, ich glaube, dass wir... Ich werde das hier nehmen, ausnahmsweise. Weil wir müssen jetzt da, ja, gegen unsere Lieblinge kämpfen. Gegen die ähm mechanischen, ne? So heißen die ja. Mechanischen. Ich muss immer überlegen, ob ich es wohl richtig ausspreche. So. Wir drücken das Knöpfelchen hier und fahren wieder Ruf. Tschüssi. Super. Ja. Hallöchen. So was, die Klinge hätte ich gern. So, zwei Klingen und dann unser Glück probieren. Jo, äh, ja. Das hier hatten wir da schon. Herzog Luca Abele. Herzog Luca Abele. Oh, genau. Sie ist der gleichen Meinung wie ich, also habe ich richtig gelesen. Gut. Ähm. Jo. Wir müssen jetzt ein... Was ist da? War da was? Wäre du hier leben, wenn ich nicht mehr bin? Wie lange werden die komplexen Mechanismen dann noch funktionieren? Wahrscheinlich nie mehr lang, weil das keiner warten kann. Außer du hast jemanden beigebracht bis dorthin. Herzchen. Einen Felsen. Einen Felsen. Einen Felsen. Das ist auch nicht schlecht, oder? Eiswand. Kannst zwar nie was aufhängen, aber ist ihr wurscht. Ui. Münzen. Halleluja. Maracuja. Voll übersehen. Schade. Der liegt noch im Traumland. Wenn ich das jetzt... Der ist leer, ne? Schade. Der brennt nicht. Geht. Das ist jetzt aber doof. Ich nehme ihn trotzdem mal mit. Wer weiß. Ich will nämlich ein Stockwerk weiter nach unten. Glaube ich halt. Wir sind ganz oben, ne? Pasch. Katsching. Wo habe ich eigentlich Sokolow hingestellt? So, die Mitte. Ich bin umständlich jetzt mit dem Ding. Ich hoffe, dass es gefüllt ist. Ich habe es vergessen, dass es nicht gefüllt ist. Somit brennt es nicht. Ich hatte gehofft, dass man die mechanischen... Ich habe es richtig gesagt. Dass man die mechanischen so vielleicht besser ausschalten hätte können. Und irgendwo hier liegt Sokolow. Ah ja, der liegt noch da hinten auf seiner Couch. Genau. Und wir müssen darüber, ne? Zum Wagen. Wir müssen den Wagen freikämpfen. Und ich habe den guten Sokolow einfach mal da drüben liegen lassen. Damit dem armen Kerl ja nichts passiert. So. Wir speichern. So. Eine neue Woche. Somit fangen wir da unten an zum Speichern. Und dann... Karabam. Jawohl. So. Und... In Gottes Namen. Kommen wir es an. Ich habe Angst. Mami. Habe ich wohl die richtige Fähigkeit drin? Blocken, blocken, blocken. So schleiche ich eigentlich noch. Warum habe ich auf groß gestellt? Die Taste. Wow. Alter. Du Dreckschwein. Ja, freilich kommen sie, ne? Ich hätte Bomben gebraucht. Dringendst Bomben. Da ist einer. Ja, ja. Ja. Vergiss es. Gut. Wie machen wir das? Drei gegen ein ist echt gemein. Ähm. Ich habe keine Ahnung. Ich habe überhaupt keinen Plan, wie ich das anstellen soll. Überhitzen die gar nicht mehr? Überladen wollte ich sagen. Überhitzen die nicht mehr? Wahrscheinlich, weil sie erst mal angreifen müssten, ne? Ich brauche Bomben. Bevor ich da, ähm, was mache, brauche ich Bomben. Wenn ich beliebige Taste drücke. Warte, ich muss fortsetzen. Das haben sich geändert, oder? Was? Äh, Entschuldigung. Ja, passt schon. Was hätten wir denn zur Auswahl? Die 4 wird sich verlockend ansch- Wird verlockend, oder? Was ist bei der 4? Ich hoffe es. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. So. Ich habe keine Ahnung, was ich da mache. Ich habe mir zum einen, äh, ich habe mir zum einen auch gedacht, einfach durchrennen und passt schon. Aber ich glaube, das, äh, klappt auch nicht ganz. Ich habe noch mal ein großer Winkel seiner Zeit. Und jetzt ist er mein. Ah! Aktivierer, Kampfwiedergabe für eindeutigen Gegner. Maschine, ist Gegenwiedergabe, der Kampffotokolle. Bäh! Klingt über Damage? Ich will da raus. Äh, die Fenster sind zu. Schweine. Dreckige. Wah! Wah! Hilfe! Mami, hilf! Ist der eine jetzt Schrotthaufen? Äh, äh, ein Schrotthaufen wollte ich sagen. Ah! Hihihi. Ich brauche, ich brauche. Ja, der ist hin. Ich glaube, das hat... Geil! Der ist voll hin. Äh, ich brauche irgendwas. Ich brauche irgendwelche Bomben, irgend sowas in der Art. Was ist das? Ich weiß es nicht. Sind wir von denen jetzt komplett davon gelaufen? Nicht mal... Nicht mal... Au! Lol? Okay. Hey! Wow! Nein, nix gut. Warte mal. Hm, das geht nach unten. Scheißen, Dreck. Von der anderen Seite verschlossen. Nee, sie müssen von der anderen Seite verschlossen. Ist immer dasselbe. Scheiße. Alter. Diese Mechanischen machen einen fertig. Obwohl wir einen scheinbar echt gut erwischt haben müssen. Bin am überlegen, ob ich es nochmal laden, du. Und gleich ein Böhmchen reinschmeiß. In der Hoffnung, dass ich noch mehr umhauen kann. Da ist überhaupt nix, ne? Kabelwerkzeug. Aha. Gut, das Kabelwerkzeug. Leise. Leise. Vielleicht können wir ihn von oben irgendwie umbringen. Im Gweif jetzt. Wiedergabe nach dem letzten Praxistest entfernen. Wer von uns hat wohl mehr zu glauben? Alter! Ich hatte hier schon so viele Gäste. Halt die Gauche. Echt. Wenn wir rollen, lädt die Maschine die Magnetspule wieder auf. Wie kann man bei dem Krüppel? Neue Diagnose-Schleife. Neue Diagnose-Schleife. Super. Hat super hinkaut. Echt. Das hat die Spitze hingehauen. Würdest du bitte aufstehen, du Schnäpfe? Aufstehen. Nicht schleichen. Da weiß man aber zu echt nicht, ob man jetzt schleicht oder nicht. Ich muss die ja weghauen, oder? Ich kann unmöglich... Wow. Ich kann unmöglich sonst Sokolow irgendwie... Wow. Alter. Halt die Klappe. Habe ich schon gemerkt, wie stark. Willst du laufen? Bäh. Ich habe leider keine Bomben mehr, ne? Die sind voll schnell, ey. Elektro-Elektro-Statische-Ladung aus. Ja, ja. So und drehen. Wechseln zu alternativen Taktiken. Wow. Alter. Ich weiß, weglaufen bringt's ja eigentlich nix, ne? Du grausliches Viech, du dreckiges. Au. Alter, 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 alter. Alter. Wenn's denn mal treffen wird, ist Sau, ne? Alter, was war das jetzt? Kopfgleich runter, ne? Naja, dann halt nochmal. Dann halt gleich mit Böhmchen. Denk ich mal. Hoffe ich. Die sind gar nicht mal so schlecht, die Bomben. Hm. Na, lad doch. Komm. Ja, du schaffst es. Mhm. Brav. Super. Dann stelle ich das halt hin. Na. Hinstellen. Passt. Nix gut. Dann die... Nein? Vier. Außer die Mami hat was zum Sagen. Es ist noch nicht zu spät, mein Herz, wenn du dem Rache durst, wieder stehst. Sie werden ihn nicht bekommen. Sokotop war ein großer Denker seiner Zeit. Und jetzt ist er mein. War das gerade hier Sprengstoff? Oder eines meiner Federsage? Was sagt er denn? Selbst zwei Mechanik auf einmal scheinen ihnen nicht gewachsen. Dieser Tag wird immer interessanter. Irgendwie bin ich lebend rausgekommen. Und jetzt ist er, wenn ich es richtig mache, ist das kein Problem. Das letzte, was Sie sehen, ist ein wundervolles Werk der Ingenieurskunden. Der Höhepunkt aller Erfindung. Wow. Es müssen alle treffen, ne? Wenn ich es richtig mache, ist das kein Problem. Ich lade noch einmal. Entschuldigung vielmals. Ähm. Ich muss es einfach besser machen. Aber das haut gar nicht. Wenn die, wenn die die Köpfe verlieren, hauen sie sich gegenseitig weg. Auf das muss ich vielleicht warten. Ist auch nicht schlecht. Es war ja so, ne? Als Hinweis. Dann sind sie ja quasi außer Kontrolle und greifen alles und jeden an, der sich in ihrer Nähe befindet. Wurscht, ob Freund oder Feind. Ähm. Ja. Jetzt kriegen wir schon hin. Ihr kriegt es hin. Irgendwie. Ich weiß es. So. Wunder damit. So. Nochmal. Ich habe ihn doch schon. Ich muss nur hier rausbringen. Dann wäre es schon fertig. War es gerade hier Sprengstoff oder eines meiner Federwerke? Ist eigentlich alles hin. Noch ein Fehler nachzustür. Ich könnte eine Hinschleischung entgelegt. Na ja. Wieder gab es noch nicht. Jetzt sind alle drei hin, ne? Ja, das kann man selber nicht ganz begreifen. Ja, aber das haut hin. Ist gut. Ist sehr gut. Ich glaube, das ist speicherungswürdig. So, auf jeden Fall tue ich es mal. Äh, speichern. Ähm, jo. Ja, ich nehme vielleicht einen neuen. Warte mal. Ich nehme vielleicht einen neuen, sicherheitshalber. So, passt. Ist mir lieber. Nicht, dass noch irgendwas passiert und ich bräuchte noch ein paar Böhmchen, weil ich ja so geschickt bin. So, hinauf. Holen wir unseren Anton. Holen wir unseren Anton. So, mein Freund. Weiter geht's. Der arme Kerl, echt. So, bildmäßig war da, glaube ich, nix mehr, ne? Wie die schläft, wie die schläft, würde ich sagen. Wie die schlafen tut. Hat die was? Zum Beispiel blitzen? Nö. Schaut nur so aus. Hier, haben wir hier noch was. Mechanische Soldaten versteigert. Ah, das hatten wir schon. Ich weiß ja wieder. Ich weiß schon wieder. Haben wir noch irgendwas? Ah, schön. Ich hab ja doch irgendwo mal Skill. Wenn's auch nicht viel ist. Alter. Schwede. So. Gut. Was haben wir da? Nix. Nix, nix. Da geht's raus? Äh, ja. Obere Aventer Bezirk. Jo, müsste dann passen, ne? Äh, ohne Sokolow? Kommt der jetzt nicht mit? Warten wir mal. Warte. Es hieß doch, dass wir ihn zum Wagen bringen sollen, ne? Und der Wagen ist doch außerhalb des Anwesens. Theoretisch müsste das so funktionieren. Hoffentlich. Also zumindest ist Anton sicher. Jetzt zur Jindash. Aha. Okay, so wird das gemacht. Alles klar. Ha. Sehr, sehr gut. Dann nochmal rein. Jihah. Warte. Mami, hast du noch was zu sagen? Das war einst meine Welt. Alles von den nördlichsten Ufern bis hier nach Kanaka im Süden. Okay. Ja, es gehört es mir. Nein, stimmt nicht. Das gehört unserer nicht mal Tante. Ja, Maschinenhaus. Jetzt nehmen wir den Kerl. So, wo kriegen wir diesen Elektroschocker her, ne? Ich hab keine Ahnung. Wenn's blöd läuft, ist er dort gewesen, wo Sokolow gefangen gehalten wurden, waren, tut. Was ich mir nicht vorstellen kann. Da muss es irgendwie noch eine Folterkammer oder so geben. Denk ich mir. Jo. Dann werden wir speichern. Sobald wir da drinnen sind. Ja. Ja. Dennoch sind sie zurück und wollen mehr. Ja. Wir wollen dich tot sehen. Idioten wie dich braucht die Welt nicht. So. Also speichern. So. Ich glaub, wir dürfen da drauf speichern. Wir dürfen das jetzt so benutzen und verwenden. Sehr, sehr gut. So. Die Schrotthaufen liegen immer noch da. So. Ich habe keine Ahnung, wo man dieses Werkzeug herkriegt. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe da überhaupt keinen Plan, wo man Elektroschock herbekommen tut. Ich weiß es nicht, ob man da irgendwie, soll ich sagen, eine Art Folterkammer oder so hat. Ähm. Hm. Auf jeden Fall hier dürfen wir nicht weiter. Hier ist ja zum einen dieses Scheißgerät. Zum anderen können wir hier nicht weiter, weil es ja von der anderen Seite versperrt ist. Von der anderen Seite verschlossen. Verflixt. Da waren wir aber schon mal, ne? Wenn ich jetzt wieder dort bin, muss ich mich versuchen, um daran zu erinnern, dass ich das machen muss. So. Das heißt, die müssen zurücklaufen. Ich kann mir vorstellen, dass mittlerweile wieder sämtliche Wachen aufgewacht sind. oder vielleicht auch nicht. So zum Glück. Was ist da? Grundlagen der mechanischen. An alle Einheiten. Nach dem Desaster vom Rest der Woche gibt der Groß-Erfinder Kirin Chindosh folgt die Informationen zu seinen mechanischen Daten bekannt. Alle... Ach so, ja. Ja. Jawohl. An das Personal Mein geschätztes Personal. Heute besuchen uns Mr. Hedros und Mrs. Vivian. Hm? Ja. Um ein paar mechanische Soldaten zu erwerben. Meine Anweisungen lauten. Versenken Sie den Spitzpfeiler im Boden. Wir wollen unsere Gäste nicht vaporisieren. stellen Sie ihn nur im Notfall erneut auf. Bieten Sie Erfrischungen an und bereiten Sie nach der Vertragsunterzeichnung das Abendessen vor. Wenn Sie unruhig werden und mich sehen wollen sagen Sie Ihnen dass ich bald bei Ihnen sein werde und führen Sie Sie ins Empfangszimmer. Aktivieren Sie nicht den Mechanismus der das Empfangszimmer in den Vorführraum hinunterlässt. Das erledige ich selbst. Verstanden? Nein, das haben wir gemacht. Da noch was. Das nehmen wir nicht mit, ne? Nein. Nobody knows. Da. Gut. Ich habe keine Ahnung wo man sowas herkriegt. Ich habe keinsterweise Ahnung wo man das herkriegt so ein Elektroschocker. Ähm Da ich mir auch recht sicher bin dass er uns eigentlich schon mal über den Weg also begegnet sein sollte denke ich mir halt. Er könnte halt auch da so zwischendrin irgendwie sein, ne? Das schaut halt hier irgendwie nicht so recht nach einem Folterdingens aus. Na, nicht verstecken. Ich wollte eigentlich draufhüpfen. Kann man hier das Teil betätigen? Na, aber man kann hier hoch normalerweise, ne? Oh, look. So. Ja. Ich weiß es nicht. Ich habe ehrlich gesagt wirklich keinen Plan. Schublade öffnen. Ui, Münzen. Oha. Halt, nein. So, jetzt kann es zubleiben. Ich habe wirklich keine Ahnung wo man sowas herkriegt. Hm. Hm. Danger. Aha, da sind wir wieder hier. Was ist denn eigentlich unser Ziel? Zum Wagen. Labor. Labor. Ah ja, Labor. Ich würde ihn halt echt gern, den Kerl würde ich echt gern mit seinen eigenen Waffen schlagen. Aber wenn es schon heißt Labor, vielleicht haben wir Glück und wir finden, was wir suchen. So, Labor. Oha. Oha. Ach herrje. Ist das echt hier und einfach da weiter? Was haben wir denn da? Säbelschnebler-Feder. Man entdeckt ja doch noch neue Sachen. Eine Münze. Was haben wir noch? Ja, Flasche zum Schmeißen. Ähm. Elfenbeinschnitzerei. Alter, da habe ich Geld liegen lassen. Na? Das glaube ich weniger. Hm. Was? Ich kann keine weitere tragen? Gescheißen. Unfertiger Brief zum Vermächtnis. Ehrlich gesagt bin ich Emily Caldwin oder ihrem Vater dem kaiserlichen Schutzherrn gar nicht Gram. Ach so, böse. Jetzt wieder. Ja. Ich habe mich nie um diese Ballast äh, Ballastadeligen vom Dunwall geschert. Wieso soll ich eine Kaiserin schlechter finden als die andere? Meine Motivation dem Herzog zu helfen hatte durchaus mehrere Gründe. Ich wollte weiter in der Materie der Naturphilosophie vorstoßen um der Arbeit selbst willen und diesen Langweilern der Akademie das Licht zeigen, das sie beinahe ausgelöscht hätten. Außerdem ist mir Ehrlosigkeit nicht fremd, vielmehr sogar willkommen, doch mein Verlangen wird noch von anderen Dingen angetrieben. Dynastien blühen und zerfallen im Laufe der Zeitalter dank banaler Auslöser wie Hungersnöte, Seuchen oder Bankrotte. Nun leben wir aber in einer Zeit, die vom Genie geprägt ist. Rose Burrow, Sokolov, Joplin und Hypatia haben mit ihren Erfolgen das Rad der Geschichte zum Drehen gebracht und so wird es auch Kirin Chintos tun. Und es ist mein Ziel, jene in den Schatten zu stellen, die vor mir kamen, wie die Geschichtsbücher diesen Machtwechsel auch darstellen mögen. Es soll festgehalten werden, dass er nur durch industriellen und technischen Fortschritt gelungen ist. Die Macht ruht nun in den Händen der Geistreichen und die Welt wird nicht mehr sein, wie sie einmal war. Schön. Ich will wie wie was haben wir da? Meine Reise nach Bandüsien. Die Rückkehr Teil 2. Das hatten wir auch schon. Ein Bäcker. Ich sollte mich mal kurz hinknien. Kabelwerkzeug. No, nicht schlecht. Nicht schlecht. Das nehmen wir doch gerne Miet. Aber immer noch kein Elektroschocker. Hä? Eine Standuhr. Ja. Es wird mir gefallen, was ich sehe. Das glaube ich weniger. Ich werde mal speichern und ich sehe gerade, der Part ist zu Ende. Na gut, meine Lieben. Speichern, speichern. Meine Lieben, das war's wieder für heute. Oh, ich habe schon Angst, wenn ich darüber schaue. Ich bedanke mich wieder von ganz im Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!